Ich mache mir nichts aus meinem Geburtstag, ich brauche keine großen Geschenke. Ein paar Leute Salzstangen, Tanzmusikgetränke. Ich wünsche mir eigentlich nie was, und das habe ich auch noch nie bereut. Aber dieses Jahr war es anders, ich hatte mich schon so gefreut. Ich wollte ein Okapi-Poster, und was schenkst du mir? Das ist kein Okapi, das ist ein Schabrackentapir. Jetzt ist der Geburtstag im Eimer, das ist dir hoffentlich klar. Wenn das mal kein schlechtes Omen ist, für das ganze nächste Jahr. Man wünscht sich was von Herzen, man hat schon einen Platz dafür. Und dann ist es auf einmal ein völlig anderes Tier. Ich wollte ein Okapi-Poster, und was schenkst du mir? Das ist kein Okapi, das ist ein Schabrackentapir. So ist unsere ganze Beziehung, du hörst mir einfach nicht zu. Was heißt das schon, ein schönes Tier? Ich bin doch nicht so wie du. Okapi sind Giraffen, ein Tapir sieht aus wie ein Schwein. Ach, was von wegen, das bringt Glück, lass mich jetzt bitte allein. Ich wollte ein Okapi-Poster, und was schenkst du mir? Das ist kein Okapi, das ist ein Schabrackentapir. Ach, es gab keine Okapi-Poster. Das ist mal wieder typisch für mich. Es gibt die beklopptesten Sachen, aber was ich will, das gibt es nicht. Ich wollte ein Okapi-Poster, und was schenkst du mir? Das ist kein Okapi, das ist ein Schabrackentapir.